ja schön dass ihr dabei seid hier bei island of death ich bin der day ihr seid bei pw play und heute geht's in den kanal runter in den abgrund und da wollen wir nicht lange schnacken und zurzeit vertrödeln sondern wir gehen einfach mal rein ein spinnennetz was machen okay ok ich verstehe Was ist denn hier? Ja, bin ich ein bisschen stumm gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. So sind sie alle aus. So machen wir sie schon mal an. Wieso läuft der, wenn die nicht verbunden sind? Und jetzt sind die verbunden. Ja. Verstehe ich nicht. Das kann man nichts zurück, ne? Die leuchten auch mal dieselben, ne, sagen wir. Okay. Was sollen wir hier tun? Ich hab keine Ahnung. Gibt's da irgendwie ein Versteck hier, so ein Tipp? Warum leuchten die? Und vor allen Dingen, wie kriegen wir das Lämmchen weiter runter? Jetzt haben wir eins mehr, ne? Ich weiß nicht, was wir da tun sollen. So, der leuchtet der, der nicht. Der, der leuchtet aber nicht und der wieder, aber warum? So, der leuchtet der, der leuchtet ist. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich klicke hier und klicke und nichts passiert. Ich will aber noch nicht skippen, verdammte Mistkacke. Warum leuchtet er nicht weiter? Warum geht das da nicht runter, verdammte Hacke. Hier runter, aber jetzt nicht. Ich komme doch nicht mehr dran. Wenn er mir das wenigstens zeigen würde, wenn ich skippen würde. Aber macht er ja auch nicht. Ich will jetzt nicht die ganze Folge. Ich glaube, wir drücken auf Skipp. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wenn ihr wisst, wie es geht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich will jetzt auch nicht 15 Minuten hier blindlings einfach auf die Dinger klicken und nicht wissen, was da passiert. Ist ja auch ziemlich nervös, Skippen. Hat mir die Lösung gezeigt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oh, wir haben den dritten Edelstein gefunden. Ein Radiotei. Wir sollten noch ein Radio reparieren. Ja, das ist sehr gut. Aber ich denke, wir machen jetzt erstmal hier das Wimmelbildspiel noch, dass wir zumindest eins von den Spielen hier gemacht haben in dieser Folge. Ein Puzzlestück. Das ist fürs Boot. Sehr gut. Da können wir da auch zurück. Ein Schlüssel. Brauchen wir das? Brauchen wir das? Was brauchen wir? Den Sattel brauchen wir. Ein Flugzeug. Zwei Reifen brauchen wir auch, ne? Ein Reifen, ein Reifen, zwei Reifen. Ein Schlüssel. Ein Hut. Haben wir doch gesehen. Gerade schon. Wo war der Hut? Das ist ein Helm. Da ist das. Da ist der Hut. Ein Hammer. Das kann Hammer. Das Nest ist da. Die Zange ist da. So, Flugzeughammer und dieses Brumding. Was ich immer noch nicht weiß. Das war auch ganz gut Zeug. So. Da ist der andere Hammer noch. Den haben wir gesehen. So, und jetzt... Brum, brum, brum. Warte mal, wir gucken jetzt mal. Das interessiert mich nur, was es ist. Ein Besen. Klar. Okay, wir haben das Puzzlestick gefunden. Oh, so, Puzzlestick-Radio-Teil. Das heißt, wir können erst mal zurück jetzt hier. Wieder raus aus der Kanalisation. In den Shop. Hier zum Radio. Ja, ach. Drei Radio-Teile. Na gut. Dann können wir den Radio-Teilen noch nichts machen. Dann gehen wir weiter zurück. Noch weiter zurück. Noch weiter zurück. In unser schönes Zimmer. John steht immer noch. Der riecht schon ein bisschen. Habt ihr gesehen. Und wir packen das Puzzleteil dabei. So. Äh. Das muss da... Äh. Okay, da muss es hin. Äh. Nee. Das muss da hin. Das ist ganz klar. Da sind ja die Schornsteine dran. Dann kommt das... Das kommt dann da hin. 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 Das kommt da hin. Das kommt da hin. Und das kommt da hin. Ich weiß, ob ihr das gut ist. jetzt haben wir eine menge gefunden noch so war ebenso gebraucht haben noch mal ein bisschen hier war nichts mehr so abschließen war das ja hier war das wir gehen mal dahin und erwischen mal sauber das sind aber nette kinder da ne 9 4 5 8 die sehen wir doch gar nicht ok ja gut das schaffen wir noch da ist noch ein wimmelspiel wieder aufgegangen dann würde ich sagen gucken wir auch mal das schaffen wir noch karten die kürze irgendwie sehe ich das heute alles nicht die maske klar da ist der sieges pokal fehler 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 nee ich dachte dass wir eine feder aber weiß er nicht dann ist die feder die medaille ist das ist nicht die medaille da ist die medaille genau da ist die bürste die feder haben alles gefunden und die fehler nehmen auch mit die fehler damit wir haben jetzt die games und auch noch einen schlüssel gefunden und tja das hilft hier nicht weiter aber wir brauchen noch zwei federn wieder da musst du schon mehr sachen sammeln wieder oh lu 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 ! das wir gehen doch mal rein war das noch was aber wir brauchten doch was weich brauchten wir etwas schweres oder was anderes was schweres nene nene Da ist auch nichts mehr. Da haben wir auch nichts mehr. Dann gehen wir mal nochmal da hoch. Da kommen wir nicht hin. Okay. Okay, da brauchen wir die zwei. Die zwei. Haben wir schon gesehen. Okay, den Koffer. Kann sein, haben wir noch. Hier geht es nicht weiter. Was könnten wir hier noch machen mit dem Seil? Vielleicht irgendwas. Auf dem Seil kommen wir da nicht rüber. Ich muss noch mal fragen. Das ist eigentlich so. Okay, er will weiter gehen. Er will noch weiter gehen. Dann da unten rein. Okay. Na klar. Okay. Da unten rein. Ah, Feuer. Feuer, Wasser. Schnee. Die Sonne ist gelb. Und dann bleibt es grün. Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben am Anfang so lange gebraucht für dieses blöde Kack, das wir nicht lösen konnten. Dafür überziehen wir jetzt ein klein bisschen. Dafür überziehen wir jetzt ein klein bisschen. Ausnahmsweise. Und weil heute Samstag ist. Okay, eine Rate will er da reinfallen. Was haben wir da? Da ist die Feder. Sehr schön. Ah, sie will sie nicht mit dem... Wir könnten... Warum kann sie das nicht? Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 9, 4, 5, 8. 9, 4, 5, 8. 9, 4, 5, 8. Mit Zucker würde er anfangen. Den haben wir nicht. die gehen mir voll auf die nüsse die kleinen mäuse da mit ihrem kacke piepsel aber wir haben zwei fehlern ok dann gehen wir schnell noch mal rein habt ihr gesehen da war schon wieder was offen ok dass da können wir den stein mit raus machen noch denke ich hier gut können steine nicht raus machen und dann würde ich sagen das rätsel das machen wir dann morgen dann vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten wimmeln